Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht, in drei Minuten, 35, 34 und so weiter, gehen hier die Clanspiele los. Ich bin heute also mal unheimlich früh am Ball. Das ist eigentlich sehr, sehr unüblich für mich. Aber erstmal gibt es für mich hier noch so ein bisschen was anderes zu erledigen. Ich denke mal, ihr macht das auch, dass ihr immer ganz nett euch, oder dass ihr so ein bisschen die Clanburgen bei den Mates befüllt. Also bei euren Clanmitgliedern. Und ja, das ist so ein bisschen, das liebt man oder man hasst es. Eigentlich ist das bei uns sowieso eine Selbstverständlichkeit, dass jeder so ein bisschen die Burgen befüllt. Das ist in anderen Clans sicherlich unterschiedlich, dass es von oben nach unten geht. Aber der Klassiker ist natürlich, das kennt ihr auch, alle haben Clanburgen, also befüllt. Nur der erste nicht, der hat alle nämlich befüllt. Aber das ist meistens so in Clans, wo oben so ein 10er, 11er ist und darunter sind so ein 9er. Und da wird das schnell mal vergessen, aber das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Aber ich mache erstmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns zu den Spielen wieder. Okay Freunde, hat jetzt ein bisschen gedauert. Alle Clanburgen sind aber jetzt so ziemlich so befüllt. Bei einer habe ich mich leider vertan. Also, aber sie sind so befüllt, wie es eigentlich sein soll. Aber wie gesagt, ich glaube bei Frigai hier habe ich mich ein bisschen vertan. Der wollte da noch eine Hexe mit rein haben. Da habe ich nicht richtig gelesen, aber sonst sieht das eigentlich ganz gut aus hier. Oder da kann ich aber glaube ich nicht mehr machen irgendwo. Irgendwo war hier was. Ah ne, da steht nicht mehr dran. Und hier noch den Drachen, den kann ich nachher nochmal nachbauen. Aber erstmal sieht das ganz gut aus. Und das coole ist, wenn man hier jetzt so gespendet hat, das habe ich jetzt eben schon öfter gesehen. Dann flitzen hier die Truppen hier übers Feld, beziehungsweise die gehen dann hier rüber. Das coole ist, wenn ich das jetzt anhalte, also ihr seht da oben ja die Hexen und den Drachen. Wenn ich hier jetzt reingehe, dann müssten die ja eigentlich jetzt in der Zeit, wir zählen mal 21, 22, 23, 24, die müssten ja jetzt eigentlich weg sein. Aber nein, die halten einfach an. Okay, die halten einfach mal an. Aber wir gehen jetzt mal in die Clanspiele rein. Also, Freude oder Leid, dieser Clanspiele ist sicherlich, dass man, ja okay, man muss wieder 1000 Punkte machen, um dieses Spiel hier zu machen. Das habe ich mir schon wieder gedacht, dass es sowas gibt. Diesmal sind es 1000 Punkte, das ist auch immer mehr geworden, glaube ich, kann das sein. Die letzten Spiele hier im Pass sind jetzt auch fertig, beziehungsweise sie sind heute freigeschaltet worden. Und ja, ihr seht, hier bei mir steht noch gar nichts, wo die letzten Hexen laufen hier unten jetzt auch noch durch. Und dann gucken wir mal rein, was wir hier so haben. Mal sehen, ob sich ein bisschen was verändert hat. Es gibt ja immer mal wieder so ein Spielchen. Ich kann mir hier vorstellen, dass es diesmal hier auch ein Spiel gibt. Habe ich aber jetzt noch nicht gehabt. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Mit den Supertruppen. Mit den Supertruppen. Schade, das ist eigentlich mal ein guter Kandidat hier. Allerdings bin ich im Moment nicht in Titan. Das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen gedroppt habe. von dem Buch, wo man 30 Mal Helden machen musste. Da habe ich einfach 30 Mal einen Held gemacht. Dadurch habe ich natürlich extrem gedroppt. Okay. Was kann man eigentlich machen? Pekka. Multiplayer using 2 Pekka. Okay. Mauern, Mauern. Was sind das für Mauern? Invisus Battles. Auch Invisus Battles. Toll. Ich will aber eigentlich was Normales machen. Was ganz Normales. Acht Elixier-Kollektoren. Die können wir machen. Hier 100 Stück. Also nicht 100 Stück. Oh, es gibt wenig Doppelpunkte im Moment. Sehe ich gerade. Okay. Wir haben hier aber in jedem Fall unsere Truppe am Start. Und können hier auch ein bisschen mit farmen. Ich muss mit dem 13 auch mal ein bisschen was machen. Also freut oder leid die Clanspiele. Weiß ich nicht so genau. Ob das jetzt, ob das so cool ist. Beziehungsweise, ob die immer noch sehr, sehr oder so ultra attraktiv sind. Oder ob die eigentlich jetzt schon so ein bisschen über sind. Und man muss sich da vielleicht doch mal was ultra Neues einfallen lassen. Keine Ahnung. Aber die Suche ist schon wieder schleppend. Oder der Loot-Index ist irgendwie doof. Okay. Den nehmen wir mal mit. Der ist nicht so stark. Sage ich immer. Beziehungsweise man darf das nicht verkennen, dass seine Defensive ja doch hoch ist. Beziehungsweise. Ah, so hoch ist sie doch nicht. Okay. So hoch ist sie doch nicht. So hoch ist sie doch nicht. Als dass wir sie nicht bekommen könnten, würde ich jetzt mal so sagen. Und da machen wir hier einen Queen Walk. Oh, ist das ein bisschen laut, glaube ich. Warte mal. Ich muss das mal eben so ein kleines bisschen leiser machen. Aber ihr hört das, glaube ich, sowieso nicht. Was habe ich denn eigentlich nicht? Ah, okay. Ich habe keine Mauerbrecher. Ja, und da kommt auch schon etwas Clanburg raus. Okay. Da kann ich aber mit leben. Mit so einem Drachen hier. So, den muss ich immer ein bisschen weggiften hier. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Feuer. Wo können wir denn eigentlich reingehen? Eigentlich können wir da vorne reingehen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Da, wo jetzt die Queen schon ist. Da, wo jetzt eigentlich schon die Queen ist, da können wir eigentlich schon super reingehen. Oder aber. Hm. Dann ballert gleich der Adel die ganze Zeit auf uns. Oh, da kommt noch mehr Clanburg. Scheiße. Verdammte Eierhaxt. Und Single Inferno. Oh, oh, oh. Single Inferno, Leute. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Dann nehmen wir hier den Rest mit rein. Komm, bevor ihr das da aufmacht, geht doch einfach durch. So, dann springen wir hier nochmal Richtung Rathaus, würde ich sagen. Habe ich alles draußen? Ja, ich habe fast alle Truppen draußen. Super. Und, ähm, oh, oh, oh. Nein, ich will die kostenlose Verlohnung jetzt nicht haben. Braut es das nicht, aber auch sowas von. Mein lieber Mann. Okay, jetzt müssen wir einmal unsere Truppen hier durch heilen, beziehungsweise einmal, einmal, ähm, unverwundbar machen. So, hier können wir, glaube ich, damit weitergehen. Wir haben noch einen Wut, den nehme ich auch in jedem Fall. Einmal nochmal hier in die Mitte. Und außen, na, das ist der blöde Boxbase. Eigentlich hätte ich es anders machen sollen. Ich hätte mal eine Karre equippen sollen. Und dann wären wir vielleicht Richtung, Richtung Adler gegangen. So schießt jetzt die ganze Zeit der Adler auf uns. Die Defensive ist gleich weg. Aber der Adler ballert noch auf uns. Unten ist noch die Championatin, also die Gladiatorin. Und die geht jetzt Richtung Adler. Ja, die geht Richtung Adler. Glücklicherweise wird gerade der König angepeilt. Und die kann das Ganze in Ruhe machen da unten. Denn die ist in der kleinen Range. Das heißt also, die wird jetzt nicht mehr beschossen da. Und jetzt ist auch der Adler down. Okay. Black Hawk down. Ne, White Hawk down. Alles klar. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Elixier-Kollektoren das waren. Ich habe nämlich eben gedacht, es gibt doch nur sieben, ne? Ja, toll. Oh Gott. Zwei Angriffe für ein Spiel. Okay. Ich habe aber jetzt Walküren dabei. Jetzt muss ich mal gerade gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Brauchen wir dafür. Das ist auch immer noch für das Klatspiel. Denn ich versuche immer alle Punkte zu bekommen hier. Ein davon. 1, 2, 3 davon. 3 davon. Dann haben wir 5, 60. Dann machen wir das nochmal so. So, wir haben eine Maschine verbraucht. Wunderbar. So geht es. Aber ihr habt gesehen, sind jetzt... Toll. Ich muss zwei Angriffe machen, um dieses Spiel zu machen. Muss man aber gar nicht machen, Leute. Muss man gar nicht machen. Denn ich muss jetzt kein zweites Spiel dafür machen. Wir nehmen gleich in 33 Minuten einfach unsere Queen. Oder wir nehmen jetzt sofort einfach unseren Warden und machen genau ein Lager in einem Dorf. Dann verlieren wir ruhig. Also ich muss jetzt nicht einen vollen zweiten Angriff machen, nur um dieses eine Lager zu machen. Manchmal denke ich da auch nicht dran. Das hätte man jetzt auch ganz, ganz anders machen können. Einfach zwei, dreimal die Queen irgendwo in irgendwelche Bases schicken und dann kurz mal wegsnacken. Kann man natürlich auch so machen. Aber ich glaube, so ist das der bessere Weg. Ich nehme mal einen Trank hier. So einen Supertrank heute. Morgen, denn ich wollte ein bisschen mit dem Charakter hier boosten. Aber ihr seht, hier unten steht auch Boost bei mir. Oben in der Infokarte, wo eigentlich immer so ein I ist, da ist jetzt eine Umfrage. Welche Truppe soll ich machen? Also ich kann ja im Moment nur drei Truppen machen. Nämlich Sneaky Goblins, die Super Barbaren oder die Super Riesen. Ich kann mich ganz, ganz schlecht entscheiden. Vielleicht könnt ihr euch für mich entscheiden. Also oben ist eine kleine Umfrage. Könnt ihr ruhig dran teilnehmen. Und dann werde ich das heute Abend im Livestream, denke ich mal, auflösen. Gehen wir kurz mal auf die Webseite. Gucken wir mal auf das Video drauf. Wie viele da was wo gevotet haben. Und dann werde ich das einfach mal machen für euch. Also kurzer Rec, kurzer Cut. Und dann machen wir hier das Spielchen weiter. Mal sehen, was noch auf uns zukommt. Okay, gesagt, getan. Ich habe jetzt eben ein Elex-Lager einfach weggesnackt. Ihr seht, hier oben steht jetzt schon Schoß. Und ich habe die ersten 100 Punkte. Also das schon mal nicht schlecht. Und die Clanspiele gehen jetzt nur sechs Tage, drei Stunden. Und ich habe 100 Punkte. Wie kann jetzt schon jemand 1475 haben? Habe ich jetzt die verkehrten Spiele oder was? Mann, Mann, Mann. Es ist mir echt ein Rätsel. Die sind heute Morgen ja erst angefangen. Weiß ich gar nicht. Neun Uhr oder sowas. Ich habe ja jetzt ein bisschen die Clanburgen befüllt. Habe ich da irgendwas verpasst? Und jetzt gibt es schon wieder so unglückliche Challenges, wo du so reinhauen musst. Ich meine, man kann sich, so wie ich es jetzt eben gemacht habe, einfach außen ein bisschen was mitnehmen. Hier wisst ihr, es gibt, jeder hat vier Stück in unserer Range hier an Gold Storage lagern. Und du musst hierfür dann eigentlich auch mindestens drei Angriffe machen, wenn nicht welche außen stehen. Viele haben die ja auch außen stehen. Dann kannst du die auch eben mal mit wegnehmen. Diese hier sind immer sehr, sehr unglücklich für manche Clans. Einige machen die dann einfach weg. Das heißt, starten die, stoppen die, dann sind die hier raus. Denn die wird hier keiner machen. Wir haben nicht so ein jähriges Rathaus, beziehungsweise keiner ist in einer Range, wo er überhaupt mal ein Rathaus neun zu Gesicht bekommt. Aber ein Elfer. Ein Elfer können wir machen. Also ich zumindest. Nehmen wir mit hier. 150 Punkte. Ab in die Wolken. Naja, da ist er. Hat jetzt, hat auch länger gedauert. Aber egal, ist ein Elfer. Nehmen wir mit. Hat zwar jetzt nicht so viel Loot für uns, aber ich möchte ja jetzt ganz gerne mal bei den Clanspielen so ein kleines bisschen eher am Ball sein. Was haben wir denn eigentlich hier am Start? Zwei Sprung. Ja, sieht gut aus. Ich mache im Moment ganz, ganz viel mit Queen Charge, beziehungsweise Queen Walk. Auch um das Ganze so ein bisschen zu üben, muss ich sagen. Denn ich bin da nicht so, ich bin da nicht so gewandt drin. Denn, also müssen wir mal gucken. Und vor allen Dingen dann auch mit Kaserne. Was habe ich da drin? Okay, oh, ein Elektro-Drachen und Lohns. Alles klar, weil ich eben geschrieben habe. Egal. Egal ist 88, heißt es immer. Denn vorne rum oder hinten rum ist das dann egal, wie man es sieht. Aber hier ist das nicht ganz so egal. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, schon mal so einen Sprung ansetzen. Warte mal, wir springen mal da. Ja, wir springen mal dort und, oh, 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 da kriegen wir schon Clanburg. Okay, da kriegen wir schon ein bisschen Clanburg. Aber wir nehmen hier die restlichen Truppen mit rein. Ich habe Walküren ja am Start. Okay, dann machen wir das einmal so und bringen das Ganze hier in Wut. Der Sprung war vielleicht nicht ganz so gut. Dann springen wir da hinten nochmal bei der Königin. Unsere Queen braucht jetzt gleich ein wenig Unterstützung dort. Ah, ne, wir nehmen die Championatin mal hier mit rein. Und jetzt bin ich dann trotzdem nicht rüber gesprungen bei der Queen hier. Okay, da springt jetzt auch keiner. Immer noch nicht, alles klar. Warum auch? Lassen wir den hier mal die ganze Zeit ballern hier. Okay, der ist weg. Oh, Queen musste ich jetzt auch schon zünden gerade. Warum musste ich meine Queen dort zünden? Dann nehmen wir hier den nochmal rein. Ich will die Championatin in jedem Fall behalten. Wunderbar. Und dann sollten das hier in jedem Fall drei Sterne sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, Mann, Mann. Was für ein Akt. Aber meine Helden sind jetzt nicht ganz so angeschlagen. Das heißt, sie brauchen jetzt nicht so ultra lange. Und ich habe wenigstens das Clan-Spiel geschafft. Ich weiß, der Loot war jetzt nicht so gut. Aber ich habe jetzt die Sterne gemacht. Vielleicht ist es doch wieder sinnvoll, ein kleines bisschen höher zu gehen. Denn, ja, haben wir completed. Also schon mal 250 Punkte. Das Ding ist weg. Und der da oben ist jetzt allerdings immer noch da. Der mit dem 7 da. Was ist denn jetzt nachgekommen eigentlich? Oh, das ist nachgekommen hier. 100 Truppen spenden. 100 Truppen spenden. Möchte gerade jemand was haben? Ah, nee, möchte, möchte, gerade möchte, gerade möchte jemand nichts haben. Okay, was können wir denn hier machen? Können wir was mit Päcker machen? 2 Päcker. Jo, machen wir. Wir machen was mit Päcker. Wir bauen hier unsere Armee einmal kurz um. Dann nehmen wir hier 2 Päcker mal mit rein. Und nehmen hier was weg. Was nehmen wir denn hier eigentlich weg? Wir nehmen hier einen weg. Dann kriegen wir noch keinen Päcker. 2 weg, kriegen wir noch keinen Päcker. Mal sehen, ob das 2 Päckers wären. Ja, das wären 2 Päcker. Wunderbar. Und jetzt haben wir aber 2,74 Truppen. 2,78. Zack. Dann haben wir schon mal 2 Päcker. Und hier die Maschine wieder. Ja, ihr seht, ich bin... Nein, nicht die Maschine machen. Wir quick trainen die. Das ärgert mich auch immer ein bisschen. Dass jetzt hier hinten bei der Armee, bei der vorherigen Armee auch die Belagerungsmaschine mit drin ist. Denn die baue ich sonst... Sonst war man immer gewohnt, die einzeln schnell zu bauen. Und nicht, dass man sie vergisst. Und wenn du sie jetzt schon im Bau hast, kannst du sie nicht mehr quick trainen. Das ist immer ein bisschen... Ein wenig unglücklich. Was müssen wir machen? Nochmal, um das genau zu checken. 3 Sterne. 3 Sterne. Okay. Oh. 3 Sterne. Es kann sein, dass wir dafür 2 Spiegelchen brauchen. Gucken wir mal. Mal sehen, ob wir da 2... Der Dorf ist ja beliebig. Also, machen wir noch einen kurzen Cut. Heute ist einfach mal so ein bisschen Farmtag. Ein bisschen Clanspiel-Farmtag. Und ich will mal gleich bei den anderen Accounts auch schauen. Denn die haben auch genauso begonnen. Also, ich habe mal verglichen. Die Spiele, die gestartet sind, sind bei allen exakt gleich gestartet. Das habe ich geguckt. Denn in einigen Clans, wo ich bin, da war heute Morgen noch keiner wach. Aber ich bin hier hellwach bei den Clanspielen. Kurzer Cut. Nächster Angriff. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt einen Angriff brauchen oder ob wir mehr Angriffe brauchen. Keine Ahnung. Was habe ich in der Clanburg? Jeden hat das noch funktioniert. Ah, so. So funktioniert es. Okay. Ich habe Yetis drin. Yetis, Yetis, Yetis. Und ich habe Packers am Start. Drei Packer habe ich jetzt übrigens, weil ja noch einer aus der Maschine kommt. Ja, aus der Maschine, Toto. Genau. Aus der Belagerungswaffe da, aus der Kaserne. Mensch, Toto, Kaserne heißt das. Ja, weiß ich doch. Alles klar. Alles klar. Okay. Dann ballert die da schon mal durch. Und wir müssen ja irgendwo mittig durch. Dann nehmen wir das mal dort. Einmal hier. Und nehmen jetzt schon mal, würde ich sagen, hier einen Sprung rein. Nehmen hier. Ja, die können wir hier ruhig nehmen. Das macht nichts. Die werden vielleicht ein bisschen außen lang gehen. Aber ich denke auch mal, dass die dann doch irgendwo reingehen werden. Gucken wir mal, wie uns der Sprung hier gelingt. Wenn das jetzt weg ist, müssen die eigentlich wieder nach da hinten laufen. Machen sie auch. Wunderbar. Dann können wir hier nochmal durchjumpen. Würde ich mal so sagen. So, wo nehmen wir denn was? In Fries. Wir nehmen einmal das in Fries und das in Fries. Wir müssen der Queen da hinten, glaube ich, helfen. Und müssen hier aber in der Mitte jetzt mal ein bisschen PS machen. Come King, mach mal ein bisschen. Mach da mal ein bisschen PS. Und wo haben wir noch Truppen am Start? Da. Oh, 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 oh. Der ist ganz, ganz böse da. Okay, ich kann aber außen auch noch keine Cleanup-Lucky setzen. Denn da sind noch die Luftabwehren außen. Aber die Luftabwehr da ist jetzt schon weg. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir die vier auch. Ja, haben wir easy peasy gemacht. Ist jetzt auch nicht so schwer, die Base. Erst recht nicht, wenn er keine Clan-Buck hat. Und jetzt als 13er geht das schon ganz gut. Also auch hier so ein bisschen zum Üben. So ein bisschen Funnel-Übungen und so. Sowas kann man ja machen. Und dann müssen wir unsere Queen jetzt auch mal zünden. Dann haben wir das Spielchen auch im Sack. Also geht doch relativ schnell. Deswegen kann ich schon doch verstehen, dass einige hier doch, denn doch da das haben. Die nehmen wir noch mal nach. Und damit haben wir 250. Ja, die ersten 450 Punkte habe ich mit euch gemacht. Wunderbar. Oh, Kobolde. Kobolde. Mein nächstes Spielchen. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr übrigens nichts mehr, wenn ihr nichts mehr zum Lachen habt in dieser Zeit, dann gibt es immer noch die Autokorrektur. Ihr habt euch ja daran erinnern können, dass ich dem Free Guy etwas Verkehrtes in die Clan-Burg gespendet habe. Und habe eben geschrieben, Markus bei Freigeist. Habe ich mich eben vertan. Freigeist, die Autokorrektur. Aber wenn ihr nichts mehr zu lachen habt, gibt es die Autokorrektur. Dann habt ihr sicherlich wieder ein paar Falten auf den Wangen, weil ihr wieder mal so lachen musstet. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen von den Clan-Spielen hier. Ob ich jetzt schnell genug war, weiß ich nicht genau. Aber die Folge ist jetzt auch schon ganz schön lang geworden. Hätte aber noch 10 Minuten länger sein können oder 20 oder 30 oder den gesamten Boost. Dann ist er auch schon fast ein Livestream. Und deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen kurzen, etwas längeren Cut bis morgen zum neuen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Flasht. Flasht. Bis dahin, Leute.